ja hallo und recht herzlich willkommen zu einer minecraft folge ihr seht ich habe gerade ein shader an deswegen wird ja wohl die sache sein dass ich auf pc spiele naja ich wollte euch eigentlich nur in dem video sagen wie ich früher gebaut habe und wie ich bis jetzt baue also fragt euch nicht wie das hier aussieht das war früher das ist nur nach modell so habe ich immer früher gebaut das finde ich irgendwie total scheiße das sieht auch komplett scheiße aus aber dann kann ich euch mal sagen wie ich heute baue naja aber erstmal schauen wir uns hier einmal etwas drin um kannst du mal betten kiste blumentopf crafting table naja jetzt nichts so besonderes und dann werde ich euch mal zeigen wie es jetzt ab heute aussieht 2000 jahre später so ich stehe gerade bei meinem wunderbaren haus kann ich euch jetzt mal von hier zeigen das ist das haus was ich gebaut habe hoffe mal es gefällt euch wie ich das ab heute so baue ja also ich hab mir da sehr 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 viel mühe gegeben und ich wollte ich nur noch eine sache sagen oder zwei erstens es tut mir leid dass ich diesen skin habe aber ich finde diesen skin einfach nur cool okay von diesem einem fx dann youtuber ich werde diesen skin einfach nur cool okay ich hoffe mir hat nicht ihr habt nichts dagegen falls epics dann dieses video hier schauen sollte hoffe ich mal ist okay aber nur noch einmal wenn ich 1000 abonnenten erreicht habe dann werde ich mein gesicht zeigen und ich werde auch jetzt werden jetzt auch regelmäßig videos machen zum beispiel mal jedes wochenende werde ich videos machen aber ich habe keine feste zeiten wo ich damit beginnen werde also ich werde einfach irgendwo irgendwann beginnen und ich hoffe mal dass euch das haus gefällt wie ich das ab jetzt gebaut habe und ich muss das ja natürlich aber auch noch einmal hier von in zeigen oh mein ton ist leise warte ah jetzt ist besser so das ist meine komplette innenrichtung ich hoffe sie gefällt euch auch hier haben wir noch im balkon da ist nichts drin ja eigentlich war das nur das einzige was ich euch zeigen wollte aber genau deshalb bin ich hier auch in minecraft reingegangen weil ich möchte wieder minecraft videos machen vermisse die zeiten mit minecraft und das alles aber ich mache das jetzt auf pc anstatt auf meiner ps4 naja hoffe mal die folge hat euch gefallen lasst auf jeden fall ein like und ein abo da dann würde ich mal sagen tschau wow ich spreche das mal richtig aus tschau mit wow w 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